Mein Freundin aus der Ukraine hat mir gefragt, wie ich Popcorn mache. Das ist ganz einfach. Erst brauchen wir Popcorn-Mais, kein Mikrowelle Popcorn-Bitze. Auf dem Topf ist wichtig, er muss einen Glas Deckel haben und das Material muss Metall sein. Aluminium funktioniert nicht, weil das Popcorn daran kleben bleibt. Das Öl ist auch wichtig. Ich nehme so viel, dass der Boden bedeckt ist. Fugge bitte das Popcorn dazu und erhitze es auf mittlerer Temperatur. Wenn es anfängt zu poppen, muss ich den Topf immer schütten und den Mais zu verteilen und die Hitze zu regeln. Wenn das Popcorn fertig ist, nimmst du ein Schüssel, in der du es nach bleiben salsen oder Zucker kannst. Guten Appetit und bitte vergiss nicht, Accents als sexy. Soaring, dass du diese Zeit für die Zeit, was weiß ich quasi nicht in der Zeit. Soaring. Soaring. Bis zum nächsten Mal.